Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der AMA News, heute am Montag, den 18. Januar. Ja, Amazon ist noch nicht überall angekommen, Amazon ist noch nicht Mainstream, aber Amazon ist definitiv the world's biggest Advertiser. Es gibt diese Erhebung der Ad Age seit 1987 und immer ist es Procter & Gamble, außer 2017 Samsung und 2020 Amazon. Hier geht es nicht darum, was ihr Amazon an Werbung zahlt, sondern wie viel Werbung Amazon bezahlt. Also sind meiner persönlichen Meinung nach immer noch zwei absolut getrennte Kanäle. Euer Geld kommt dann noch oben drauf. Ja, und dann machen wir auch schon weiter. Es gab einen größeren Schneesturm in Spanien, das schlimmste Winterchaos seit 50 Jahren und Amazon hat direkt auf die Auswirkungen reagiert und sie helfen euch, die Menge der Bestellungen im Kennzahlmonitor rückgängig zu machen, wenn es wirklich durch den Schneesturm verursacht wurde. Auch bei A-Z-Garantien, bitte ebt da Einspruch, wenn ihr irgendwas merkt, Amazon ist da gesprächsbereit. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Amazon hat es auch neben Platz 1 in den Advertisern geschafft, auf die Liste für berüchtigte Märkte für Fälschung und Piraterie zu kommen. Diesmal von den USA. Wir hatten das ja schon mal in der Art und die US-Seite ist diesmal nicht betroffen, aber Britannien, Spanien, Frankreich, Italien und auch die deutsche Seite. Das nur mal so zum Eingang für die Woche. Jetzt kommt das erste große Thema. Ich wollte erst ein größeres Thema drüber machen, eine größere Video-Session, Sonderedition, habe mir die Daten aber angesehen und sie ergeben für mich persönlich von vorne bis hinten keinen Sinn. Suchbegriff Impression Share, sowohl für Sponsored Products, auch für Sponsored Brands verfügbar, kriegt ihr Informationen. Ihr kriegt zum Beispiel den normalen Share in Prozenten und ihr kriegt auch einen Rang. Das heißt, sobald ihr über 50 Prozent habt, seid ihr natürlich Rang 1. und wenn ihr mit, sagen wir mal, so 30 Rang 1 seid, dann wisst ihr, die anderen 70 Prozent teilen sich auf, auf x viele, die aber alle unter 30 haben. So kann man sich das in Summe vorstellen. Und wenn man einen hohen Rang, also Rang 1 oder so einen einstellig hohen Rang hat mit wenig Prozent, dann weißt du, es sind ganz, ganz viele Wettbewerber da, die alle dann so um ein und ein weniger Prozent haben. Und darauf kann man dann ein paar Rückschlüsse ziehen. Also die guten Rückschlüsse kommen eigentlich durch die Keywords, wo du wenig Share hast, weil dann kannst du dir ein besseres Bild vom Wettbewerb machen. Wo gibt es die Sachen? Ganz normal in den Berichten für alle zwei Bereiche. Und ich muss sagen, das ist mir alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Ihr müsst verstehen, dass dort ein 100 Prozent auch gar nichts bedeutet. Wir nehmen einen ganz normalen Suchbegriff, Mülleimer, dort kommen vier Ads rein. Jetzt erhalten alle vier Ads eine Impression und 100 Prozent. Ganz logisch. Das heißt also, ihr müsst nicht nach 100 Prozent jagen, um gut zu sein, sondern ihr müsst es schaffen, dann für dieses Keyword viermal in eurem Bericht aufzutauchen mit einer Impression und 100 Prozent. Dann habt ihr das System nämlich erst geknackt. Und dann darf man nicht vergessen, der Impression-Share zu Impressions müsste rein theoretisch ordentlich mathematisch zusammengebaut, was mit dem Suchvolumen zu tun haben. Da kommen wir auf utopischste Werte. Und deswegen orientiere ich mich jetzt eher nur wirklich mal so am Impression-Rang. Mal von links nach rechts gesprochen. Wir haben also den Rang 1 von fast 75.000 Ergebnissen, 38.000 Mal, was knapp gut über 50 Prozent ausmacht. Also bei über 50 Prozent der Daten auf Asien- und Keyword-Ebene bin ich Nummer 1. Wir sehen schon, mit Nummer 2 zusammen bin ich schon über 60 Prozent, mit Nummer 3 zusammen schon bei über 70 Prozent. Also das sind sensationelle Daten, mit wie wenig ich das am Ende schon in den Top-Placements erreiche. Da muss man dann sehen, wo die Hebel wirklich sind. Bei allen Kunden, die ich habe, die nach meinem System arbeite, sieht das alles so aus. Und wenn man dann genau reinguckt, habe ich mal noch rechts zusammengebaut. Von den Rang 1 habe ich tatsächlich nochmal bei 15.000 die 100 Prozent. Ja, da macht mir niemand was vor oder ich bewerbe unsinnige Keywords, die nur ich bewerbe. Das könnt ihr dann auslegen, wie ihr wollt. Ich bin eher der Fan von einer ganz sauberen Aufarbeitung, weil der Impression-Share ist halt nur auf die Sponsored-Ads. Und ich mag es dann doch lieber, meine Daten deutlich getrennt zu erfassen nach organischen und gesponsorten, um dann genau auch Zeitkorridore und Zeitverläufe zu sehen. Das finde ich viel spannender. Damit kann ich viel mehr anfangen, falls ich in eine Bit-Steuerung gehen will oder in die perfektere Produktauswahl. Oder, oder, oder. Wir sehen hier nochmal unterschiedliche Themen. Natürlich nehme ich mir dann die Choice-Sachen mit. Und da könnt ihr euch schon freuen. Das wird bald eh für euch freigegeben. Aber das nur mal zum Eingang für die Woche. Dann ein komplett neues Thema. Jetzt mal so geistiger Break. Okay. Jetzt will er was anderes von euch. Jetzt, das ist so ein Thema, das ist, ja, es gab es mal auf LinkedIn, es hat sich über Jahre immer mal wieder angedeutet, aber es ploppt halt auch immer wieder auf. Wir haben mit Better EMS und Adference letztes Jahr schon ganz große Blockbeiträge dazu gehabt, wie schlimm das mit der Nachattribution ist, wie viele Tage und so weiter man warten sollte. Hier kann ich nur sagen, die drei Tage sind Standard. Das ist okay. Je nach Kategorie und Bereich muss man länger warten. Ihr seht es hier. Was habe ich gemacht? Am 12. Januar um Uhrzeit XY habe ich Daten gezogen für die jeweiligen drei Bereiche. Ich bleibe immer noch bei HSA, Headline Search Ads, SPA, Sponsored, Product Ads, weil es einfach besser zu trennen ist als SB, SP und SD. Und habe dann jeden Tag nochmal Daten aufgefrischt, um die Nachattribution darzustellen. Ihr seht, witzigerweise, so vier Stunden später ist nicht viel passiert, aber am 13., am 14., am 15. sind immer nachlaufende Daten. Auffällig ist halt hier spannenderweise nur, dass bei HSAs nichts passiert. Wie kann das sein? Das ist relativ einfach. Der Datum des Berichts, die Verkäufe werden nach Kampagnentyp entweder am Tag des Verkaufs oder am Tag des Klicks auf die Anzeige aufgeführt. Das ist so richtig, richtig, richtig spannend. Heißt, du zahlst am Montag, siehst den Sale aber erst am Freitag. Und bei einigen Ads wird er auf den Montag zurückgebucht und bei anderen halt dem Freitag zugewiesen. Was bei einigen Kategoriebereichen, Kampagnentypen, nennen wir sie Headline Search Ads, zu Problemen führen kann. Denn genau diese werden eben am Tag des Verkaufs aufgeführt. Könnt ihr euch durchlesen, steht alles im Seller Central. Und spaßig ist es dann nur bei Verkäufern und Händlern, haben wir ja bei den Sponsored Products die bekannte Missattribution 1x7, 1x14 Tage. Und wer will, der guckt halt genauer hin. Und während ich am Montag, nee, ich glaube der Dienstag war es der 12. auf 6.428 Euro quasi optimiert habe und auch auf die Ergebnisse, habe ich am 15. Januar mit 7.540 Euro Ergebnissen optimiert und gearbeitet. Und hier ist dann halt auffällig, dass wir halt wirklich 17% mehr Daten und Informationen hatten, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist halt extrem wichtig, denn zu dem Zeitpunkt treffe ich jeweils unterschiedliche Entscheidungen. Und das Schlimme ist, merke ich halt auch immer wieder, meine deaktivierten Keywords oder Asims zum Zeitpunkt x deaktiviert, gucke ich eine Woche später rein, sind die wieder top, da sind Sales nachattribuiert reingelaufen und ich muss es wieder anschalten. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben. Dabei nur noch mal ein kleiner Reminder, denkt dran mit den Sales Daten. Die lieben Seller, die haben den VK, also den Verkaufspreis inklusive Steuer. Die Vendoren haben den Verkaufspreis, den der Endkunde bezahlt. Minus Steuer, aber nicht den Preis, den sie selber von Amazon fürs Produkt bekommen. Und die Seller mit Umsatzsteuerberechnungsservice, ja, die sehen keine Steuer beim verkauften Produkt. Aber was soll's, könnte man jetzt sich noch aufregen darüber, dass Warenkorbrabatte nicht zugeordnet werden und so Themen wie Werbeaktionen und Coupons dann einfach nicht abgerechnet werden und in den Sales Daten der Werbung als volle Preise ausgewiesen werden. Heißt, wenn ihr sehr werbeaktionsaffin seid, ja, so Dauerrabatte anbietet, dann solltet ihr vielleicht mal eure Werbekosten noch detaillierte Nachrichten rechnen. Guckt euch aber dazu gerne das Video zu Tacos von uns an, da reden wir mal sehr deutlich über sowas. Tja, das Ganze ist aber, ja, hier mal abzuschließen, das sollte man einfach im Kopf haben. Ja, für mich ist am Ende klar, ich arbeite nicht so sehr mit Bitmanagement und dann stört es mich auch nicht, wann die Sales nachattribuiert werden und alles. Da mein Fokus bei Werbemanagement auf Amazon eher auf Ad-Slot-Management liegt und nicht auf Bitmanagement. Was ich damit meine ist, wir sehen hier ein und dieselbe Kampagne, links Kampagne 1, rechts Kampagne 2. A sind Keywords Ausrichtung ist komplett gleich. Wir haben nur unterschiedliche Gebotsansätze gewählt, weil wir an die jeweiligen Beat Korridore ran wollen. Ihr habt das davor schon gesehen bei den Erhebungen der Ads, auf welchen Platzierungen die waren, mit dem Zeitstrahl, wer genau hingeguckt hat. Es gibt immer so eine Zeit, 16 bis 22 Uhr, wo wir einfach nicht so sehr ausgespielt werden, wo andere präferiert ausgespielt werden und das kann man sich sehr genau alles angucken. Und so arbeite ich eben mit Beat Korridoren für die jeweiligen Zeiträume. Ich schalte die nicht an oder ab, sondern Amazon nimmt sich selbst gewisse Themen einfach als relevanter ran als andere und dann kommen da so massive Unterschiede zustande. Ich will euch da aber auch gar nicht jetzt mit überfordern mit Einzelheiten, aber wenn man sich einfach vier saubere Kampagnen baut, die jeweiligen Beat Korridore direkt anvisiert, dann bist du halt den ganzen Tag dabei. Und wenn ich sage, das sind dieselben Kampagnen, selben A sind es, selben Keywords, etc. und nur der Bit ist anders, dann meine ich das auch so. Also es ist meiner Meinung nach auch in 2021 immer noch so, dass wir uns nicht auf das Bit-Management an sich fokussieren sollten, sondern auf das Ad-Slot-Management der jeweiligen Bereiche. Das macht Spaß, das ist einfach und unkompliziert. Das soll es gewesen sein. Lasst uns jetzt die gemischten Themen der Woche angehen. Ja, DSP, Twitch ist da. DSP ist meiner Meinung nach der Hidden Champion der letzten zwei Jahre und wird der Standard Champ diesen Jahres werden. Wer es jetzt noch nicht macht, ihr müsst ran. Ihr müsst einfach ran. Twitch ist komplett mit drin, das ist wunderbar. Dann haben wir auch noch Umweltbewusst und Klimaschutz neu mit drin. Wir haben auch den Climate Pledge Friendly, dieser neue Batch, der von Amazon ja automatisch vergeben wird, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Die sind targetbar. Das ist richtig genial. Und was soll man sagen? Das ist DSP. Jede Woche was Besseres, was Neueres, was Effektiveres, was Effizienteres. Beides trifft beim DSP tatsächlich zu. Ja, dann nehme ich euch einmal kurz mit in meine kleine Baustelle, mein Fail des Jahres. Ich habe ihn direkt im Januar gehabt. Ich bin so durchgedreht. Irgendwas stimmte nicht und es lief nicht und es lief nicht. Egal, was ich versucht habe. Es ist halt leider so, dass du im Management der Kampagnen hier in dieser Ebene nichts anfangen kannst, weil die letztere Ebene, wenn du dann genau drauf bist, nicht angeschaltet ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los ist. Na, wenn natürlich alles final aus ist, dann kannst du am Bit rumspielen, wie du willst. Es bleibt alles ausgeschalten. Also, manchmal, wenn ihr euch wundert, warum irgendwas nicht geht, klickert wirklich nochmal sauber alles durch. Sind die Artikel werbeready, also werden sie auch ausgespielt oder habt ihr aus Versehen FBM statt FBA als SKUs mit reingenommen und so weiter und so fort. Tja, dann wunderbar. So nutzt man Varianten clever. Aber ich habe immer so ein paar schöne Beispiele dabei. Hier hat jemand mal ganz klar Hero Images, ja oder nein, jetzt mal dahingestellt, sauber gearbeitet. Guckt euch das an, schöne Main Pictures, alles sauber gemacht. Und wer genau hinguckt, sieht, unterschiedliche Kategorien, richtig viele Keywords pro Produkt, gute Durchschnittspositionen. So arbeitet man. Der hat halt zu allgemeinen Keywords rund um die Produkte maximale Sichtbarkeit. Ganz im Gegensatz zu einem direkten Wettbewerber, der vom Preispunkt deutlich billiger ist. Aber wo man da direkt hinkommt, lasst uns doch mal über so richtige Probleme reden. Ihr verkauft nicht und wundert euch manchmal, warum. Wir haben tolle Bilder und wir haben tolle Bullet Points und alles ist super. Wir wissen nicht warum. Ja, der Teufel steckt halt im Detail. Das ist schon okay, so den Stil leger zu nennen und batteriebetrieben Metall, alles super. Aber wenn dann die schönere oder für mich in dem Fall schönere Farbe kabelgebunden ist, dann bin ich maximal irritiert. Und dann breche ich den Kaufvorgang halt einfach ab. Und so einfältige und simple Datenfehler dürfen heutzutage nicht mehr sein. Insbesondere wenn Amazon solche Informationen halt, so wie hier, deutlich nach oben pusht in der mobilen Ansicht auch. Aber die Fehler machen sie alle der Bank durch, egal wie groß sie sind. Ich habe mich wirklich schwer getan, am Desktop, aber auch Mobile herauszufinden, warum dieses Bild da ist. Ich wusste dann gar nicht, wie lang ist die Kette, fehlt halt im Titel. Es ist hier mittendrin versteckt, also nicht als Hauptfeature irgendwie dargestellt. Und dann kommt dieses Bild und man weiß einfach nicht, was Sache ist. Und wenn die doch 38 cm lang ist, wie kann die dann 35 bis 42 sein? Du siehst auch nirgendwo die Verschlussart und ob du ihn länger oder kürzer stellen kannst. Und dann habe ich versucht, die anderen Ketten, die anderen Längen zu finden. Es gibt sie einfach nicht. Wo ich ja Fan bin, nichts in Varianten darzustellen, was ich auch bei der hier wahrscheinlich noch in Ordnung finden würde. Lieber hätte ich sechs saubere Listings in sechs Größen. Aber es wird nicht aufeinander verlinkt oder so. Und es gibt die auch nicht. Also das wäre so ein EBC-Template mit den anderen Größen, wäre hier super. Ich habe sie versucht zu finden in anderen Größen. Sie waren nicht da. Ja, dann muss man sich auch nicht wundern. Weil wenn der Kunde hier jetzt abbricht und die lange davon sucht, der kommt nicht wieder zurück zum Listing. Und er wird nicht dann die kurze kaufen. Ja, und zu guter Letzt, das gebe ich euch mit. Diesen Erfolg kannst du sofort kopieren. Und ich glaube, im Oktober oder November hatten wir damit angefangen. Da hatte ich meine Kampagnen dazu aufgesetzt. Ich hatte sie ja eh immer drinne und habe sie dann separiert nochmal aufgesetzt, um das euch zu zeigen. Und wollte euch hier dann mal den fortlaufenden Erfolg davon zeigen. Sind mittlerweile tatsächlich mit die besten Kampagnen. Vergesst die Parent Asins nicht. Sowohl im Eigenschutz, das sind hier Eigenschutzkampagnen, als auch im Angriff. Und damit könnt ihr sofort loslegen. Ja, es gibt ein sehr, sehr gutes Tool auf dem Markt. Das heißt Amylize. Dort könnt ihr reingehen und könnt Parents direkt einfach rauskopieren. Ohne Aufwand. Ja, wir haben eine Spalte Asins. Wir haben eine Spalte Parent Asins. Und dann kopierst du dir einfach raus und kannst sofort loslegen. Tja, dann, was haben wir noch Neues? Ja, das war für mich ganz neu. Ist das neu oder kann das weg, habe ich es genannt. Ich hatte wieder in der Kursvorbereitung fürs Advertising ein paar Sachen gelesen. Und fand dann raus, oh cool, es gibt einen neuen Ansatz. Schnell und einfach Werbung schalten. Ja, ich finde es nirgendwo. Ich fand die Idee interessant. Habe gedacht, Mensch, das gucken wir uns mal an. Durch Machine Learning Modelle, eingestufte Bereiche. Man soll wirklich einfach nur Kampagnen überprüfen und starten. Und dann wird automatisch was angelegt. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht findet es einer von euch. Was ich gefunden habe, was aber nach Insider-Quellen sozusagen doch schon sehr alt ist, ist das Thema anpassbar. Immer wieder ein Thema, was in dem Bereich Custom ein Problem ist. Du klickst drauf und der Einkaufswagen wird zu hier anpassen. Die Kunden verstehen es nicht, raffen es nicht direkt, was durch die ungünstige Platzierung des Bereiches ist. Jetzt ist es direkt in der Suche. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Mir ist es erst jetzt aufgefallen. Es ist wohl aber schon länger da. Und ja, nun zum Abschluss. Einige haben es letzte Woche mitgekriegt. Ich habe es so nebenbei auch gepostet auf diversen Kanälen. Weihnachten 2020 ist rum. Das letzte Jahr war sehr, sehr erfolgreich, was ich so sehe. Und hier haben wir ein Beispiel, dass die Werbeausgaben gleich geblieben sind. 6.1 bis 6.5 im Peak des Dezembers. Das ist für mich nahezu gleich. Aber wir haben es geschafft, doppelten Umsatz zu erzeugen von knapp 20.000. Die blaue Linie auf 40.000. Ich habe jetzt hier links darauf verzichtet, noch den anderen Bereich mit rauszukopieren. Müsste mir einfach vertrauen. Ist halt wirklich so. Ja, und was haben wir gemacht, um das zu erreichen? Ja, wir haben tatsächlich richtig losgelegt. Wir haben nämlich gar nichts gemacht. Wir mussten die Werbung deckeln, die Bremse treten. Denn es sind einfach so viele Kunden zu Amazon gekommen. Ich hatte euch das im November schon angekündigt, dass jetzt wirklich da die ganzen Leute reinströmen. Und ich muss sagen, wir haben halt deutlich, deutlich mehr Umsatz gemacht. Und wir haben einfach auf die Werbung verzichtet. Wir haben komplett runtergeregelt. Und das war auch ehrlich gesagt gut so. Und das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns spätestens nächste Woche Wohntag. Eine schöne Woche euch. Und wir hören uns spätestens.